Liebe Freunde, herzlich willkommen zurück bei der Last of Us. Wie geht's weiter? Wir durchsuchen da jetzt noch das Haus, wo wir jetzt drin sind. Vielleicht finden wir da noch ein paar schöne nützliche Sachen. Was ist das hier? Ein altes Museum. Manche Sachen hier sind Jahrhunderte alt. Wirklich? Wow. Was ist die Kleine? Na und? Wird er nicht rauf gekommen? Na kommst nicht rauf, oder? Wir schauen mal aus. Na komm mit. Ich glaube, wir brauchen jetzt ja nicht schleichen, oder? Keiles Modell. Oh. Danke. Okay. Das ist nichts. Leider. Oh, den Säbel. Bitte. Wieso kann man den nicht nehmen? Das wäre doch was, oder? Der soll dort nicht kaputt gehen, normalerweise. Okay. Aufpassen. Schnell. Los, 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 los. Scheiße. Verdammt. Oh. Ich lebe. Ich lebe. Ich werde außenrum gehen. Wir sind hier. Oh oh. Scheiße. Alter Schwede. Na toll. Oh oh. Das ist jetzt aber der swap schon. Oh. Ah! Und da ist er, der Hinnige Greif. 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 Wir müssen so langsam schleichen, weil sonst... Und da ist er, der Hinnige Greif. 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 Und da ist er, der Hinnige Greif! das war verdammt knapp ja da gibt es ein load weiter alles anschauen dann brauch ich nicht tauschen die haben mich gut erwischt wunderschöner headshot ja gleich, komm gleich nix, leider Schaut haben wir. Ist leider nix. Oh, da... na, Flaschadl. So, Tess. Waschlampe brauchen wir nicht mehr. Komm, Mädel, hupf, hupf. Na, ist nicht geil. Wisst ihr, was wir da machen, Leute? Schönen so her und Patsch. Und Foto-Modus. Vielleicht so, wo sie auch dabei drauf ist. Acker, Tiefenschärfe. Vielleicht so, dass wir beide halbwegs scharf sind. Intensität ein bisschen runter. So. Ähm... Ops. Und... Sehr richtig. Ja. Das fällert auch nur, dass das anders zusammenbricht, ne? Da ist es. Unser Zielort. Ah, die Kuppeltorte. Okay. Oh, da haben wir ja wieder ein Brett. Kann mich erinnern. Frage. Vorsicht. Da ist der kürzeste Teil. Ja, da legst du es nicht besser auf die Kanten, ne? Da ist es ein bisschen... Pst. 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 Und? Ist das das was du dir erhofft hast? Ich weiß noch nicht. Aber, Mann! Was für eine Aussicht! Kommt. Hier lang! Hey! Es geht weiter! Naja, schau langsam, kommen einem die Erinnerungen hoch. Es ist fast geschafft, reiß dich zusammen. Ja Ma'am. Gleich hier um die Ecke, kommt. Wie weit, Herr Kleiner? Das war unser Stichwort. Lululoot. Nein, nix. Kommen wir da auf und an. Schade. Wie eleganz seitlich die Stufen runter tänzelt, ne? Aha. Was haben wir da schönes? Ohohoho. Ja, seh mal an. Und, noch was zum Lesen. Befehle, Treffpunkt. Wollte was vorlesen. Schaut's das? Gut. Befehle. Befehle. Erst. Treffpunktbereich patrouillieren. Stellen Sie sicher, dass keine Militärpräsenz in der Gegend herrscht, bevor Sie das Mädchen zum nächsten Unterschlupf bringen. Handschriftlich. Sie müssen gut ernährt und bei bester Gesundheit sein. Ihre Sicherheit hat absolute Priorität. Sie muss. Gut. Na ja, um die geht's. Mädel. Das kann man ja nicht aufschießen, das haben wir ja schon gesehen, das letzte Mal. Geht's auch nicht rein. Geht's da runter oder was? Na gut, das wird nix. Also werden wir da zum Gelben, das wir mal schieben müssen. So da. Bitte sehr, die Damen. Ich soll sie auch für machen. Na gut, ciao. Ele, jawohl. Wie geil. Alter, schaut das geil aus. Ähm. Nur, dass das klar ist, ich kann nicht schwimmen. Auf der rechten Seite sieht es flach aus. Folg mir. Geh nimmer jetzt. Gute, dass Morlin euch gefunden hat. Was meinst du? Ich weiß, ihr wer. Ich weiß. Aber mit der Honda Sevid, ne. Schaut zumindest so aus. Ich will mich bedanken. Ja, kein Ding. Und hier sind wir. Umweltverschmutzung! Nein, nein, nein. Massachusetts Statehouse. Sehr, sehr genial. Wie weit soll das hier noch gehen? So weit, wie es eben gehen muss. Wo ist dieses Labor? Oh, ich weiß es nicht. Sie hat nur gesagt, es wäre irgendwo im Westen. Was machen wir hier? Das geht uns nichts an. Was weißt du denn schon? Über mich? Ich weiß, dass du klüger bist als das. Ach ja? Wir sind abscheuliche Menschen, Joel. Und zwar schon echt lange Zeit. Nein, wir sind Überlebende. Das ist die Chance. Es ist vorbei, Tess. Wir haben es versucht. Gehen wir nach Hause. Ich werde... Ich gehe nirgendwo hin. Hier ist Endstation. Was? Irgendwann musste es ja vorbei sein. Was erzählst du da? Nein! Fass mich nicht an. Oh nein, scheiße. Sie ist infiziert. Joel. Lass mal sehen. Ich wollte nicht... Zeig es mir! Super. Oh Gott! Ups, was? Zeig mir deinen Arm. Das ist drei Wochen alt. Mein Biss ist eine Stunde alt und ist schon schlimmer. Das hier ist real, Joel. Du musst die Kleine zu Tommy bringen. Er kannte diese Leute. Er kennt bestimmt... Oh nein, 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 nein. Du wolltest das hier. Ich mach das nicht mit. Doch, machst du. Hey, ich weiß, ich bedeute dir genug, dass du mir diesen letzten Wunsch nicht abschlagen kannst. Also bring sie zu Tommy. Shit. Oh, oh. Verdammt. Na, schöne Scheiße. Ich verwandle mich nicht in so ein Ding. Na los. Mach's mir nicht so schwer. Ich kann kämpfen. Nein. Geh einfach. Geh doch endlich. Hm. Tut mir leid, ich... Ich wollte das nicht. Los, beweg dich. Ei, 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 ei. Wir wissen, dass ihr da drin seid. Waffen weg und kommt mit erhobenen Händen raus. Oh, verdammt. Wie konnten wir das nur tun? Stopp. Oh, ohne uns stirbt sie da. Stopp. Du bleibst nicht bei mir. Wir müssen weg. Oh, Mann. Jetzt werden wir trotzdem schauen, dass der Scheiß... Ja, der geht schon auf. Ei, 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 ei. Und andere Seiten. Jetzt lauf einfach weiter. Ja. Sie hat zwei Männer getötet. Verstanden. Du, brich die Tür auf. Du, komm mit. Ja, Sir. Oh, mein Gott. Ah. Sie werden bald hier sein. Ich schau mir trotzdem da jetzt um. Aha. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Der Halt aber gut aus, ne? Ein Schuss noch mehr. Super. Oh, Mann. Ah, Mann. Oh, Mann. Ach, Mann. Oh, Mann. Ah, Mann. Oh. Ah, Mann. Mann. Das ist ein Schuss. Oh, Mann. Und keiner hat den Mund getrapt wieder einmal, oder? Ich hoffe jetzt, dass ich mich hinschleiche. Ähm, der sterbende Schwan und keiner hat einen Mund, um die ganzen Patronen verbraucht. Na gut. Das verkokelt. Eieieiei. Jetzt hab ich so probiert, über das Glander zu schauen, gell? Bringt eh nix, eh was. Dann werden wir wohl da rüberjumpen, ne? Ha! Aquer! Endlich! Ah, ein Schuss wahrscheinlich, ne? Ja. Jagdgewehr. Ja. Okay, geil. Was machen wir? Außen rum! Joel? Ich hab es. Feuerbleib! Ich hab sie! Ausgänger sicher! Höchst du mit, und... Höchst du mit! Höchst du mit! Höchst du mit! Höchst du mit! Einer hat am Unni getroppt und alle haben Waffen gehabt. Unnötig verkompliziert eigentlich das Spiel. Ich verstehe nicht das Ganze, es sollte jeder schon mindestens ein, zwei Patronen tropfen, finde ich. Geschossen hat das ja auch. Vor allem die Waffen sind ja auch da eigentlich, die man vielleicht zerlegen könnte für Mats. Und deswegen werden wir uns da jetzt alles ausschauen, auch wenn es ein bisschen dauert. Leute, vielleicht gibt es ja da irgendwo Sachen, die man brauchen kann. Bleib bei mir, na los! Tauschen brauchen wir nicht. So, vielleicht gibt es was. Dublade, nix, oh, Tabletten, dankeschön. Du hast 40 Zusätze, danke sehr, ich brauche aber noch, ich muss noch sparen für die besseren Sachen. Und wo sind wir denn jetzt gekommen? Wir fahren da vorne. Genau. Da ist ja sonst eh nix. Und da ist auch nix. Gut. Sehr gut, haben wir wieder ein Brettl für den Nahkampf. Ja ehrlich, da müssen wir runter, hilft nix. Was machen wir? Joel, wie kommen wir hier raus? Das werden wir uns jetzt anschauen. Und da die keine Patronentropen, wird das wahrscheinlich sehr lustig, ne? Drei. Vier. Und die mit dem Helm brauchen zwei Schüsse, ne? Halt es die Stellung! Oh, siehst du das, ne? Komm raus! Bäh! 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 Ich dachte, ich würde vielleicht hinsprinten und eine mit dem Bredel draufhauen, aber das ging ja wohl nicht. Da ist er. Da ist er. Das war natürlich ganz speziell. Da ist er. Da drüben. Da ist er. 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 Ach, keine Flasche und nichts habe ich zum Schmeißen. Das ist ja geil. Liegt da irgendwas? Nichts? Nein. Ja. Nichts so. Sollten wir uns heilen oder lassen wir uns da abhauen? Nein, heilen wir uns lieber. Dann sind wir wenigstens voll und vielleicht schaffen wir es dann genau. Deswegen. Okay. 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 Wollte ich nicht. Wer flucht der Scheiße? Er hat ein Gewehr. Er drobt er sonst leider nicht. Joel, da ist der Ausgang. Du hast ihn gesehen. Ein begnadeter Körper, da kannst du ja mal ordentlich durchbiegen. Weißt du das jetzt oder kommt da jetzt noch einer? Da schreie ich noch lauter. Nicht einer, was droppt? Org. Sehr irre eigentlich. Und wo auch immer wir jetzt hin müssen. So, da sind da welche. Na hurra. Also genießt nur ein bisschen die Aussicht, Leute. Weil jetzt geht es da runter. Wohl eigentlich möchte ich schon schauen, was da ist. Aber wahrscheinlich nichts, ne? Ja, komm schon, komm schon Ellie, komm schon. Dann. Oder? Das ist. Was da? Was? Was? Ja. Was? Was ist das? Wirst du... Sie kam uns nach! Oh shit! Ah, fack'd up! geschmeidig und mit diesem schönen ausblick dieser geschmeidigkeit wer euch jetzt warten lassen bis morgen und wir werden morgen da weitermachen weil wir fahren uns dann noch weiterhin einwagen und dann können wir gar nicht mehr aufhören weil es immer spannender und immer schlimmer wird danke dass dabei warts ich wünsche euch noch einen wunderschönen bis zum nächsten mal tschüss und baba